Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In diesem Video werfen wir einen detaillierten Blick auf die Vibrationsplatte von WeightWorld, ein vielseitiges Fitnessgerät für zu Hause. Ohne weiteres Zögern tauchen wir ein in die Welt der Vibrationen, Muskelaufbau und effektiven Workouts. Lass uns gemeinsam herausfinden, ob dieses Gerät wirklich das Zeug hat, deine Fitnessziele zu erreichen. Beginnen wir mit dem äußeren Erscheinungsbild dieser Vibrationsplatte. Mit Abmessungen von 57 x 16 x 42 cm und einem Gewicht von 7,2 kg präsentiert sich das Fitnessgerät als kompakt und leicht. Diese Eigenschaften machen es nicht nur leicht verstaubar, sondern auch äußerst benutzerfreundlich. Die schlanke Formgebung und die rutschfeste Fußoberfläche tragen zu einem angenehmen Nutzungserlebnis bei. Damit wird deutlich, dass WeightWorld bei der Gestaltung sowohl an Funktionalität als auch an die ästhetischen Ansprüche gedacht hat. Die Vibrationstechnologie ist das Herzstück dieser Platte, mit der unterschiedlich Muskelgruppen im gesamten Körper stimuliert werden. Dies fördert nicht nur den Muskelaufbau der tiefen Muskulatur, sondern auch das allgemeine Fitnesslevel. Die Vibrationsplatte von WeightWorld trumpft dabei mit beeindruckenden 99 Intensitätsstufen und 5 Trainingsprogrammen auf. Diese Vielfalt ermöglicht ein individuell angepasstes Homeworkout, das sich flexibel in den Alltag integrieren lässt. Ein besonderes Highlight sind die 5 Extra-Fitnessbänder, die zusätzliche Trainingsmöglichkeiten bieten. Die Vibrationsplatte von WeightWorld ist nicht nur ein Trainingsgerät, sondern auch ein Massagegerät. Dies erweitert ihre Anwendungsmöglichkeiten und macht sie zu einem multifunktionalen Begleiter. Die Fernbedienung und die LED-Anzeige ermöglichen eine bequeme Steuerung, während die eingebauten Bluetooth-Lautsprecher ein musikalisches Extra bieten. Dies schafft eine angenehme Atmosphäre während des Trainings. Die Möglichkeit, die Platte als Massagegerät zu nutzen, unterstreicht ihre Vielseitigkeit, und macht sie zu einer attraktiven Ergänzung für das Homegym. Ein wesentlicher Aspekt bei der Nutzung der Vibrationsplatte von WeightWorld ist die effiziente Zeitersparnis im Vergleich zu traditionellen Trainingsmethoden. Nur 20 Minuten Training auf der Vibrationsplatte entsprechen 60 Minuten Radfahren und Joggen, 30 Minuten Yoga, 45 Minuten Schwimmen oder 400 verbrannten Kalorien. Diese beeindruckende Effizienz macht sie zu einem idealen Begleiter für alle, die in kurzer Zeit maximale Ergebnisse erzielen möchten. Die Möglichkeit, Trainingsfortschritt und Zeit auf dem LED-Display zu verfolgen, bietet eine zusätzliche Motivation für ein konsequentes Workout. Die Fitness-Vibrationsplatte von WeightWorld wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, was für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Qualität spricht. Diese Qualität spiegelt sich auch in der Gewichtsgrenze von 120 Kilogramm wieder, was für eine solide Bauweise spricht. Die zwei Jahre Garantie bieten zusätzliche Sicherheit und verdeutlichen das Vertrauen des Herstellers in die Langlebigkeit seines Produkts. Sollten dennoch Fragen auftauchen, steht ein kompetentes Experten-Team zur Verfügung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vibrationsplatte von WeightWorld ein beeindruckendes Fitnessgerät für zu Hause ist. Mit einem durchdachten Design, zahlreichen Intensitätsstufen, multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten und hochwertigen Materialien bietet sie eine umfassende Lösung für das Training von Muskelaufbau bis Massage. Die Effizienz des Workouts und die Zeitersparnis machen sie besonders attraktiv für Menschen mit einem hektischen Lebensstil. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, die individuelle Anpassbarkeit der Intensitätsstufen macht sie für jeden geeignet. Insgesamt präsentiert sich die Vibrationsplatte von WeightWorld als ein Fitnessgerät, das nicht nur durch seine Leistung überzeugt, sondern auch durch seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Bei Amazon erreicht die Vibrationsplatte von WeightWorld eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 1.500 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 110 Euro. Das war's mit unserem Video über die Vibrationsplatte von WeightWorld. Du kannst sie dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten so gleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung die Vibrationsplatte von WeightWorld zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zur Vibrationsplatte von WeightWorld haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal.